Okay, hier geht's! Alles ist absolut identisch und es gibt so viele Easter Eggs. Am Eingang hängt ein Kobold-Fahndungsplakat. Das ist eine deiner allerersten Missionen im Spiel. Die Höhle des Löwen ist ein Ort der Zusammenkunft, auch im Film. Ein wunderschönes Set und es erfüllt alles, was ich mir als Spieler von diesem Ort erwarte.